So, und da sind wir wieder im Kampf gegen Bartandelus, den oberbösen Falsi, gegen ihn, was schon mal zweimal angetreten sind. Mal gucken, ob das diesmal genauso gut hinkriegen wie beim letzten Mal. Oh, 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 Hass ist weg. Da habe ich doch gleich noch mehr Buffs drauf. Ja, bleiben wir gleich so. So, und gibts ihn. Ja, da haben wir kurz grüne Trille. Der Herienbonus geht jetzt zu schnell verloren. Oh, oh. Definitiv heilung 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 Und diese Rune Trille Entschuldigung! Lauf! Ich hoffe, dass wir es hinkriegen Ich meine, wir haben zu diesem Kampf ja nicht so viel Zeit Nicht, dass er wieder auf die Idee kommt, hier sein ultra geiles... äh... Zeugs da zu basteln und dann dann... Ah, genau das meine ich Au! Sieht böse aus! Uiuiuiuiuiui Das hat gesessen Ich kann es Ihnen nicht nur noch Ich bin der Trบung Ich bin der Trieger Ich bin der Trieger Ich bin der Trieger Ich bin der Trieger Und ich bin der Trieger Ich bin der Trieger Oha, die Geschichten werden langsam immer enger hier. Oha, fallen uns leider die ganzen Buffs aus. Oha, die Geschichten werden. 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 das gefühl ist es unmöglich ihn in den schockzustand zu holen na ja gleich macht das wieder seh es schon ich hab's doch gesagt mächtig viel schaden der da durchkommt und man kann nicht so viel dagegen tun deswegen werde ich es vielleicht mal versuchen ohne schockmodus auf sturmkommando volle heilung bitte genau von uns Ultima fast wie erwartet wow das ist ganz schön heftig Hope getroffen ich hab irgendwie das gefühl dass das gleich wieder macht ja sag dich doch bambambambambambambambambambambambi we can win this don't panic don't panic leichter gesagt als kritan das ist der sind wir mal ein bisschen aufs spiege drin So komisch ein Gesichter da. Ich hoffe das war jetzt irgendwie mit Manipulator ein wenig ähm... Schädigen können. Ja. Auch Manipulator hier ist eine sehr gute Angelegenheit. Aber ich will auf jeden Fall nicht den Protest verlieren. Ja komm. Das ist ein eigenes Wasser. Wow. Das wird böse enden. Hey. Doch nicht so böse wie gedacht. Oh. So nochmal kurz ein bisschen auf Mentor. Wir haben alle Hass. Manipulator darf auch noch mitmachen. Dann setzen wir uns auch gleich die Heilung mit inklusive dafür. Ah. Schon wieder das Bild ausgefallen. So. Hier machen wir erstmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.